Hallo Leute und Herzlich Willkommen zu Asmophobia mit Janine und Damien. Yo! Ja, wir haben es auch endlich mal geschafft. Hallo. Hallo. Eigentlich wäre Levin auch noch mit dabei, aber keine Ahnung, wieso nicht. Also, er kommt eigentlich nicht. Das nächste Mal. Ja, ja, das nächste Mal bestimmt. Ich nehme uns noch mal so ein Buch mit, ist okay? Ja, ja, mach ruhig, ich habe EMF wieder und Kamera nehme ich einfach mit. Ja, okay, ich habe noch die UV-Lampe und ein Auto-Dings. Ja, gut. Äh, 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 äh... Haben wir Salz dabei? Oh, shit, ja, wir haben einmal Salz dabei. Ah, okay, cool. Wo geht's hier rein? Ja, gehen wir rein. Ja, mir geht schon vor, alles klar. Alter, das sieht auch aus hier. Krass, ey. Ja, Martin. Ja, Leute, ähm, wir spielen heute wie er macht's über Ingame-Chat. Deswegen können sie mich machen, wenn ich hier zum Beispiel so rede. Aber, ja. Hatten wir gesehen, ob die viel besser ist als, äh, Schule und Asylum. Ja, also, in denen habe ich mir am verlaufen. Ja, die waren einfach viel zu groß. Ich habe einfach so einen Orientierungssinn wie so eine Erbse. Genau. Was war das? Ich weiß nicht. Hat jemand ne Kamera? Als ob. Instant ein Knochen. What? So, passt. Äh, kannst draufheben. Perfekt. Perfekt. WTF? Was war das? Was war das? Was war das? Ja, absolut nichts. Was ist das? Hier ist so ein kleines Key-Held. Keine Ahnung. Ne, hier schiebt er hier. Ja, das wird sich als irgendwer was hier rumschieben. Ja, das ist die, äh, Tür. Warte. Ja, warte, ich höre gar nichts. In diesen Gängen hier, das ist ja unnormal. Oh, Chris. Was sind die meisten Geister eigentlich im Abend? Ach so. Wo bist du? Alter. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ach ne, warte. Ich habe euch, ich habe euch, ich habe mich. Hi. Wo ist denn Janine? Ich habe keinen Plan. Was? Ach, okay. Perfekt. Ah, hier ist der Ablog. Ey, das sieht ja so geil aus. Alter, das sieht wirklich extrem geil aus. Hier steht eine elektrische Zahnbürste mit dem Pampster. Geil. Geil. Hier drin laufen PC's, lol. Gib mir ein Zeichen. Ja, ich habe hier oben nichts. Und du, Damien? Die willst du dir auch? Ja, ich habe hier oben nichts. Ja, ich sei dir hochgekommen. Ne, was hast du überhaupt dabei? Ne, im App. Ah, hier. Das stimmt. Ja, so Fingerabdrücke habe ich auch noch nichts gefunden. Ja, so Fingerabdrücke habe ich auch noch nichts gefunden. Ich weiß gar nicht, wie die Fingerabdrücke auch aussehen, wenn da eigentlich nur so Stangen... Ja, ich habe auch keinen Plan. Vielleicht sind da einfach nur so die Stangengrün oder so. Ja, das wüsste man doch wohl erkennen, die sind doch so richtig gesehen. Du kennst dich hier außen im Gefängnis. Ja, ha, ha. Du kennst dich hier auch in dem Gefängnis. Ja, ha. es ist ganz ich bin noch da aber ich habe keine ahnung wo ich bin hallo wer ist da vorne ich bin glaube ich da vorne was ist mit dem ich glaube er ist tot was ich bin einfach aus wie über so einen hof gelaufen ja ich finde aber auch einfach gar nichts wir teilen unseren auf das hat niemand abgesprochen aber wir teilen unseren auf finde ich gut, finde ich gut und ich, warte mal ne, Levin hat immer noch nicht geschrieben Mensch so, wo bin ich denn jetzt? Alter irgendwie so ein raus auf nem Hof hallo, Leute ich bin jetzt irgendwo draußen äh, ein Nieren kann ich hier hör sie ganz leicht aber hä, kann man nicht sein, hier sind nur irgendwo Fingerabdrücke ach nee, das sind nur die Reflektion ach man so, da musst du mal bei Dings sehen, hallo äh, weiß jemand von euch, wie der Geist heißt guck, wie sagt doch, der lebt ja, 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 ich leb schon ich glaube, ich hab ihn gefunden okay, wo bist du? okay, ich bin so hochgelaufen äh, ich komm runter okay, ich komm mal wieder zum Eingang aber ich zieh nix ja, 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 ich zieh nix okay, Verbindung weg stimmt, vielleicht ist bei ihr gerade so ein Jahrteils, glaube ich, oder? nenn man das? ja, ich zieh nix ich zieh nix ja, ich zieh nix ja, ich zieh nix hey, Block okay, wenn ihr meint dann was? was? warte, warte, warte warte, warte warte oh mal leute ow 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 oh oh der ist fast genau vor hier da muss man sein wo der hat mit mir funk gespielt ey Prozent ist und die Lachen Prozent bei ihrem Buch Machen ihr überlaufen alle weiße ordentlich ist das er er hat mich vollgejagt er ist da oben diese Drogen und ich Minus 10 Grad ist Gefriertemperatur, oder? Ja. Ne, ist noch erlaubt, auch warm. Ähm, wir haben gesagt... Scheißgeist, 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 Scheißgeist. Ihre. Vielleicht hier irgendwo? Alter, oh, meine Nase. Ähm, ja, ich weiß es gar nicht. Wo ist denn der jetzt? Hey, ich bin in dem Spiel noch nie gestorben, gell? Also... Boah, hier sind wir, sind Gefriertemperatur. Der Strom ist aus. Doch, nee. Wo ist denn dieser Stromkasten? Ich nehme ein Buch mit und, äh, das war's und. Da war ich aber ein Buch. Ich mein, das hat richtig, ich fand's nur mit mir gespielt, ey. Okay. Ach, Damien, warst du das? Ne, ne, bin nur ich. Achso, aber Herbert, du rippst. Achso, ja, das war Damien. Also mach ich nicht. Ne, Spaß. Kamerad, ich stelle ich dir. Äh, stell die mal hier hin. Vielleicht war es auch der Geist. Man weiß es nicht. Raus ein. Mach, das ist so schlechte Witze gerade. So? Kamera ist an. Okay, wir können nochmal kurz kurz rausgehen. Ja, ich guck immer noch wen den Ding abdrücken. Ich will nochmal buchen, nimmst du? Ah, genau, stimmt. Pass bloß auf, schau auf. Wo ist Damien denn? Ja, ja, ich schaffe das. Äh, ich hab keine Ahnung, ich glaube, er ist da nach hinten gegangen. Irgendwie, oder so. Nein, es ist es. Uh, 116. Chief Security Officer. Aber Licht geht immer noch nicht. Ich glaub, Damien... Ich glaub, Damien hat sich auf die Suche nach Licht gemacht. Könnte ich eigentlich kurz sagen. Ich könnte die aufheben. Jetzt hab ich kurz draußen und guck nach den Geister auf. Jo, ich hab ne Handschelle gefunden. Also ich kann die auch benutzen. Mach ich. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Alles gut. gut ja wir nehmen den fest wir nehmen den fest wer heißt er denn der Geist heißt Michael Michael Smith Michael Smith Michael 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 Smith Daniel pass darauf du bist bei 48 Michael Smith reagiert der Geist überhaupt auf Gucken äh ne geht er nicht äh aber nur mit dem Gesprächsdingsterboms gib uns ein Zeichen ja was könnte es denn sonst sein schrumm ist aus äh was war das zeige dich nimm mal Sanity Pillen sonst jagt er dich gleich also ich ja ja du ja ok ich geh runter Sanity Pillen ich habe keinen Fingerabdruck das bringt nichts ich bin zu erschrocken als ich den gesehen habe was bildst du ich habe noch den rmf Dings hier ich weiß nicht warte mal oh ja geil kann ich dir nehmen oh ist ein bisschen weit geflogen ja 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 das einzige was wir haben sind gepriert die Temperatur oder ja 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 Geisteroar? Keine Ahnung. Ich stelle mal die Kamera um. Ja, mach mal so, dass man den ganzen Raum sieht. Gucken, wo? Hier vielleicht. Wohoho! Oh mein Gott, renn! Ich habe ihn, ich habe ihn. Warte mal. Oh shit, Alter. Oh, er ist weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Haben wir jetzt ein Dings mehr? Nee, oder? Der sah ja uralt aus. Ja, wirklich. Ich leg es mal hier hin. Die Kamera ist anders hin und dann lasst wir kurz raus. Ach du Kacke, ey. Was macht denn David? Oh shit, er hat es. Versteckt euch irgendwo. Oh. Komm rein, komm rein und mach die Tür zu. Hat er mal die Tür zugemacht? Was machen wir denn jetzt? Ach nee. Ich habe Handschellen. Mal in der Hand oder was ist das? Oh, vorbei. Okay, wir haben nichts außer Geister- äh, gefriertemperatur. Was machen wir jetzt? Ja, das ist jetzt das Problem. Weil, obwohl wir haben noch einen Geschlecht-Guts-Energy. Ich nehme nochmal Räucherstäbchen mit. Dann haben wir eine Challenge mehr. Aber hat irgendwie. Ah, warte, hier ist noch eine Taschenlampe. Damien? Hallo? Yo. Wie heißt der Geist nochmal? Oh, 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 die Achinklil, Hilfe. Oh ne. Scheiße, die hören mich ja gar nicht. Ne, versteck dich. Oh, 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 die Achinklil, Hilfe. Oh ne. EGR steht's gut, ich hab kein... Alter! Mein Herz! Guckt mal im Buch, also es könnte noch das Buch sein oder halt eben F oder dieses Gesprächsding. Oh. Also die Bücher, die sind noch nicht... Oh oh! Oh shit! Oh oh! Nein! Geh weg! Oh shit! Ja! Hilfe! Oh nee! Scheiße! 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 Alter! Oh oh! Ich versteb mich. Danny? Lebst du noch? Ja, bei mir ist alles gut. Ja, okay, gut. Oh mein Gott! Mein King, der war direkt bei dir. Ich hab den auf der Kamera gesehen. Echt? Oh mein Gott! Okay, ich räuchere jetzt den Raum aus. Geht das nochmal? Wie geht das jetzt? Hm. Hm. Nicht funktioniert das. Was denn? Ja, ich kann das irgendwie nicht anzünden. Weil, hier. Weiß nicht, ob ich zonfähig bin. Musst du die vielleicht nehmen und ich muss sie anzünden? Nee, nee. Du musst, glaub ich, App oder sowas drücken. Ja, ich hab keine Ahnung. Irgendwieso. Also, die Bücher sind ja auch immer noch klingend. Gib mir kein Zeichen. Wow! Ah, ich hab geredet! Okay! Okay, komm raus, Damon! Wir haben's! Wir haben's! Tötet Janine, dass ich weiß, dass du da bist. Achso, oder? Okay, wir haben's! Wir haben's! Wir haben's! Wir haben alles! Wir haben alles! Was ist denn das Gute? Raus hier! Äh, Geist du ab, hab ich gesehen! Geist du ab! Achso! Okay, danke! Ah, nein, nein, wir haben's! Geh, ich komm! Oh, nee, jetzt bin ich wieder allein gestillt, oder was? Haben wir uns auch ausgefunden. Ja, schonmal. Positiv! Oh, shit! Oh, shit, nein! Komm! Komm hier rein und mach's mit Tüzen und pscht! Okay! Okay, ich bin da! Okay, ich bin da! Hier wieder meine Heckel! Oh, nee! Alter, wird mich doch gleich wieder wegficken! Nee, bitte nicht, Alter! Ich hab' so gut gespielt! Ist vorbei! Ja, ist vorbei! Ja, ist vorbei! Hallo? Hallo? Oh, mein Gott, der war hier direkt irgendwo! Echt? Ich hab' ihn nicht gesehen! Nein, ich hab' die Tür hinter mir zugemacht! Ich hab' euch grad wohl auch voll verarscht! Alter! Hey, der hat wirklich gehandelt! Ja, stimmt! Eigentlich hab' ich nur die Tür zugeworfen! Alles klar! Nee, nee, der hat wirklich gehandelt! Ach so, ich war's da außen! Toll, ich nicht! Stabil! Aber wir haben's... Oh mein Gott, wir haben's Prison geschafft! Voll cool! Alter, stimmt! Ey, sonst schaffen wir nie sowas! Damon! Gut gemacht! Mach's sehr gut! Ja, wir sind wirklich auch nicht! Äh, hab' ich schon alles nicht eingestellt? Sonst schaffen wir nie sowas, bist du zu behindert! Äh, haben wir jemals Schule oder so geschafft! Ah doch, einmal hab' ich geschafft! Einmal! 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 Okay, wow! Wir haben auch die Psychiatrie geschafft! Wir haben die Psychiatrie auch geschafft! Sogar beim Wikiko! Okay, hab' die eingetragen! Also, was willst du, hä? Ich hab's eingetragen, ja! Okay, dann fahren wir! Puh! No way! Oh mein Gott! No way! Oh mein Gott! Yeah! Alter, 90! Scheiße, ist ja... Voll geil! Äh, wenn du Profi bist, ey, dann kriegst du richtig viel! Das glaub' ich, ja! Glaub' ich! Ich glaub' ich hab' gerade kurz gedrückt! Haha! Okay, Leute! Dann würd' ich sagen, das war's mit diesem Video! Also, Phobia! Schaut unbedingt bei... Äh, Damien und Janine vorbei! So, wir die spenden! Unten... Äh, in der Videobeschreibung verlinkt! Bis demnächst mal, Leute! Ciao! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!